Wie ich gerade erfahren habe, möchte der werte Charles auf die Jagd gehen und ich denke mal, das gucken wir uns mal an. Das kann ja interessant werden. Sie leben fast als einer. Die Bison und meine Leute waren. Sie waren der Center der ganzen Leben. Wir können nicht ohne sie leben leben. Sie haben uns mit allem gegeben. Essen, Kleidung, Begriffe, Begriffe. Es war viel Respekt. Ich glaube nicht, dass meine Kindheit sehr gut ist. Aber ich denke, meine Leute, wir haben quasi mit dem Whisky gewechselt. Also, mein Vater hat das auch gemacht. Ich glaube nicht. Wir versuchen hier, nach der Seite. Okay. Oh jee. Oh jee. Dann nehmen wir zuvor eine dickere Waffe. Das ging ja einfacher als ich dachte. Was für ein großes Tier. Das hat die Gesichter zu sehen. Okay. Oh, was ist denn hier passiert? Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow them. Alright. Lead the way. Been dead a couple of days at least. Ob wir jetzt wohl Rache in der Natur üben? Ja, von der Natur. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Look. Another dead bison. On the hill to the right. Come on. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. What a damn waste. What a damn waste. I'm gonna take a look. I'm gonna take a look. I'm gonna take a look. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir haben einen guten Blick von hier. Okay. Siehst du irgendwas? Arthur, schau. Schrauben wir den Norden. Das könnte ein anderes Kamp. Wir schauen uns das an. Ich bin froh. 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 Schau mal, noch Bison. Es muss sein. Ich bin froh. Jetzt wird er aggro. Hoppala. Ich bin froh. Ja. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe eine Familie. Eine Familie. Ich bin froh. Schau. Schau. Ich habe dir ein paar Antworten. Jetzt gibt es wieder auf die Schnauze. Okay. Okay. Get out of here. Just... Don't... Don't shoot me, Mister. I got a family. Run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. I'll catch up with you later. Lecker Brotkanten. Gute Pferde, lecker. Hier soll es anscheinend noch was anderes geben. Ich bin gespannt, was ich finden werde. Was ist das denn für eine Karte hier? Eine Kopfbedeckung möchte ich nicht. Vielleicht was in der Schatulle? Vergiftete Wurfmesser. Das sollte ich finden. Jetzt macht das Sinn. Das war's jetzt. Ja. Ansonsten hat sich noch eine alte Bekannte gemeldet. Die sich in die Mary Linton heißt und in Wellenthal befindet. Hat uns einen Brief hinterlassen. Hat uns einen Brief um deine Hilfe gebeten. Gucken wir mal nach was das auf sichert. Ja. Geht klar. Hier werde ich schon das Richtige tun. Da bin ich schon mal drauf reingefallen. Habe ich die im Lasse einfangen wollen und da hatte ich direkt 70 Dollar Kopfgeld auf meinem Kopf. Oder 10. 10 waren es. Das will ich nicht noch mal haben. Ich habe das gelernt. Ja. Ja. Los gehts. Ja leider in die komplett andere Richtung. Ja leider in die komplett andere Richtung. Ich habe ihn nicht zurückgezogen. Ich habe ihn nicht zurückgezogen. Ich konnte ihn sehr schnell fassen. Nur ein paar Zeit bevor sie sich entscheiden, um den Camp zu holen, um die Bounty zu holen. Ich glaube, wir sind wieder in den Sitz. Wenn wir nicht, Arthur? Wunderbar. Was wird Dutch tun? Das ist nicht für mich zu sagen. Ich glaube, es will es, was es sein. Es ist ein Problem. Wir alle wissen es. Ist das für mich zu sagen? Ja, ich glaube, es ist, Arthur. Na, lass uns den Scheiß erst. Worry über, wie man ihn später kippen. Das klingt nicht verkehrt. Ja, wir stehen genau da zu erreichen, wo wir gerade hergekommen sind. Wahrscheinlich sogar noch weiter. Wahrscheinlich sogar noch weiter. Ja, genau dahin, wo der Rauch uns hingewiesen ist. Ja, genau dahin, wo der Rauch uns hingewiesen ist. Machen wir es. So, den Bogen besser nicht, sondern die Flinte direkt. Ohne. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir werden nicht wissen, was der Bogen kommt. Wir haben uns in unseren Bogen. Wir sind in unseren Bogen. Bogen. Ich bin bored, zu hören zu diesem Bogen. Hey, wir gehen ihn in die Stadt und holen uns auf die Bogen. Wir werden uns noch mehr Geld. Es wird lange nicht, bevor du dich aufhörst. Wann das alle? Ne, das war nicht. Jetzt waren es aber alle. Das war der Erfolg. Ja, machen wir das. Alles gut. Wir sind doch nicht im Stress. Natürlich. Kein Problem. Alles für die Bande. Wunder Tonicum. Was ist das denn jetzt? Ich komme nicht direkt die... Gesetzesfüter. Ich denke mal, hier sind wir weit genug weg. Selbst die Goldenen Taschenloch können wir nicht nehmen. Oh nein, da muss hier aber mal was los werden. Schlangenöl, das geht. Sehr gut. Gin geht auch. Sehr gut. Gibt es hier was an Kleidung? Ne. Der gute Brandy. Helmet. Kekse sind schon voll. Voll. Gut. Jetzt gehen wir mal unserer eigentlichen Beschäftigung hinterher. Ich nehme ich Marilyn. Kleine Maus. Jetzt wahrscheinlich sehen wir uns nach Arthur. Ja. Ja. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten auf der Skala. Und wieder hier ist notre Team. Ja. Und wieder zurück in Wälder. Ja. Der müssen wir schnell überholt. Oh, der muss schnell geholt. Ah, das ist ja gar nicht. Was ist der Penner? Ach da sitze. Ja komm. Das ist doch nur ein Arm, du kriegst doch was. Natürlich, beste Freunde. Ich bin so glücklich, ich habe einen Freund in lange Zeit. Lange, lange Zeit. Dann gehen wir einen saufen oder? Okay. Bist du mich ausrauben oder was? Okay, nur schnell. Das fühlte sich gut. Es ist schön, wenn man manchmal gehalten hat. Aber wir haben uns in der Krieg. Du hast schade Augen, Herr. Wie du siehst, schade Dinge. Kann ich so sagen. Passt das? Gut. Wie? Lass mich jetzt hinterher oder was? Ne. Jetzt anscheinend begriffen.